So, da läuft es weiter. Ja, ihr seht doch, wenn ich jetzt rede... Guckt das Video. Es hängt aber ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ist ja egal, das nimmt auf. Wir waren bei Yoshi's Island stehen geflieben. So. So, die Lukas Blockfight wollte ja mal einen Facecam machen, hat aber seine vergessen. Und außerdem, er weiß ja nicht, wie er das einfügt. Das Bild oben, den ist klein, von dem Gesicht. Deswegen, wenn ihr es wisst... Also, wenn ihr es wisst... ...dass ich nicht... Die machen das ja bei Horror-Spielen sehr oft. Ach, Mann. Und, ähm... ...ne? Glaub ich sie vergessen? Ja, schön, ja. Nein, die wissen das ja übrigens macht, weil... ...die machen das ja selbst. Deswegen. Soll die mal schreiben, oder falls ein anderer sieht in der Weise sein... ...schreib's bitte, bitte in die Kommentare, weil... ...wir wollten das schon mal mit Facecam machen. Also... Ja. Also... Ja. Also... Wieso sag ich jetzt eigentlich was? Also... ...mal so... ...ja... ...ja... ...ja doch, ich vergesse, was ich gesagt habe. Also... ...nicht das mit Facecam, sondern eben gerade, also... ...dieses... ...ja... ...das auch läuft jetzt. Wie auch eben das. So... ...woah! Alter! Das heißt schon mal ein bisschen zu laut, aber egal. Ja, ich rede leise... ...ja... ...und... ...versteht eh nix mehr. Also... ...ja... ...ich hör mich ja meistens nur selbst reden, weil... ...ja... ...die Kopfhörer sind so... ...undicht, sag ich jetzt mal... ...dass man meine reine Stimme... ...also wenn ich jetzt rede, höre ich eigentlich meine Stimme... ...und das von... ...von der Aufnahme gar nicht... ...von der Aufnahme höre ich nur... ...so im Hintergrund... ...f... ...dann ist das... ...so... ...nuffeln quasi, also... ...da redet mich deutlich... ...also... ...ich, wenn ich jetzt normal rede, kommt es mir deutlich vor... ...aber in der Aufnahme klingt das so, als... ...und... ...klingt mal da rum... ...hals... ...und... ...daswegen dem vielleicht... ...öööö... ...Hellensprachfehler oder so... ...was soll denn das schon wieder... ...na gut, kann man jetzt sich ändern... ...der ist halt so... ...ja... ...gut...ja... ...aber wenn es jetzt Nacht ist und man kann nicht zu laut reden... ...und ich hab eine Stimme halt, die tief ist... ...dann ist das halt so... ...es gibt halt welche, die... ...die... ...reden halt höher... ...wie gesagt... ...wenn ich jetzt haben wollte, dass ich so rede... ...dann mir sagt es... ...dann rede ich auch so... ...weiß nicht, ob es höher ist... ...aber... ähm... ...ja... ...nur wenn es reicht... ...das-wenn ich so nicht lange reden... ...sondern nö... ...sagt vielleicht immer nur... ...und...er klingt ja scheiße... ...wenn du so... ...redet... ...dann guck ich ja gar nicht mehr zu... ...und... ...dasswegen... ...tuschen sie mal... ...kurz reden... ...damitte das Lied... ...ungefähr... ...klingen soll... ...und... ...damite... ...sagen könnt... ...ja... ...ich soll höher reden... ... oder... ...nein... ...ich soll so reden... ...ich soll mit dem Typen reden... ...warte... ...und... ...weird doch so千... ...aber das ist noch anstrengender... ...und deswegen hoch... ...ja, weil das tiefer noch anstrengender ist... ...heil mir... ...das ist zufriede, ey... ...das ist nur nur 30... ...das ist schon... ...ja, ich will hier noch ein paar... ...juss primeiro machen... ... damit ich hochladen kann... ...ä... ...also ich lade natürlich erst... Also es kann sein, dass ein Video um 2 Uhr nachts erscheint, also nicht das, sondern andere, deswegen wenn ihr irgendwann das seht, also was jetzt ich aufnehme, und ihr würdet sehen, oh da war ja mal ein Video, also das Buzzle Ball zum Beispiel, was da um 2 Uhr hochgeladen wurde, dann kann es sein, da wisst ihr, aha, er hat da also noch Let's Play, dann konnte ich hochladen, ja, also ich könnte auch Let's Play und hochladen, nur, ich will ja erst mit Geschmidierecorder umwandeln, und währenddessen, der macht das irgendwie nicht, wenn Bunycam auf ist, also, wenn Bunycam auf ist, und ich will ihn da umwandeln, dann stürzt er immer ab, also Der Recorder, der macht das halt, weil die Dageien von Bunycam sind auch groß, und deswegen Danke, danke. Ich bin so müde. Ich will auch noch weiter aufnehmen, denn... Ja, morgen habe ich nicht viel Zeit wieder. Die ist noch hochgegangen. Ja, ich habe gedacht, die ist schon Ende. Nein, du Brüder. Feige, jetzt ist hier Ende. Also noch nicht. Halt, nein. Wir waren bei 7 Prozent, also nicht bei 7 Prozent, sondern bei 7 Sternen. Und deswegen wollte ich noch warten. Bis wir 10 haben, dann haben wir 20, statt 17, weißt du? Wie gesagt, schon mal weißt du, das sind halt 1 Zuschauer. Es sind halt mehrere. Also nicht auf einmal, sondern es gucken sich ja, der guckt sich an, der guckt sich auch in den Augen, oder gibt es ein Neuer, der guckt sich auch wieder was an. Und der andere halt, der hat ja noch keinen YouTube-Account, aber wenn er einen hat, dann wird er fast nichts hochgeladen, weil der hat noch weniger Zeit. Also der riechende Lukas Block weiß nicht mehr, wenn wir hier eigentlich Zeit haben, aber der hat fast keine Zeit, also wir sind ja sehr, sehr, sehr viel weg. Also, der ist auch noch 14 erst, der Lukas ist auch noch 15, glaube ich, ist er jetzt auch schon, aber ist jetzt egal, und vor allem das, ja, merkt man natürlich. Gut, die Lukas hat einen eigenen PC, also Lukas war irgendwas bei Opferid, jetzt habe ich auch denen seinen Namen gesagt, aber ist er egal, die haben es eh schon mal gesagt, und es ist auch bis jetzt schon hochgeladen, also bei ihm. Deswegen ist es auch jetzt egal, das war unser richtiger Name. Ich muss mal Opferfallen, ist der, der Conan Kun, 88, bei, na, das muss ich jetzt einfach mal schnell sagen. Bei Twitter, da heißt er ja Alex Kun. Also heißt er jetzt, also ist er Alex Vorname und Kun Nachnamen, oder? Da heißt er mit Kun, das ist nur so ein Stück vom Nachnamen, oder Alex nur ein Stück vom Vornamen. Also das weiß ich nicht, aber er heißt, denke ich, Alex mit Vornamen, das finde ich schon ein guter Name, also. Also ich finde den Namen gut. Wieso heiße ich nicht so? Ich habe immer die schlechten Namen. Ich sage es jetzt nicht, falls ich es schon wieder vergessen habe, umso besser, wenn ihr meinen Namen vergessen habt. Und guckt es nicht nach, der ist. Also jetzt nicht schrecklich, aber... Oh, ich soll doch nach links gehen. Naja. Hey, guck mal, ich rede so laut, und ihr sind nur... Also wir haben ja hier, ähm, was soll ich denn sagen, wir haben ja keine Massive drin, also Schlafzimmer ist ja gleich nebenan, weil wir ja immer einen Stock haben, wir haben ja keinen Keller, keinen Dachboden, also Dachboden auch, aber ein Stockbäck und kein Keller, deswegen, ähm, Schlafzimmer ist gleich nebenan, das Wohnzimmer auch quasi, weil ich bin fast so in einem Mittenblock, also das Zimmer liegt quasi fast in der Mitte vom Haus, ja, und, äh, deswegen kann man alles hören, außerhalb Küche und so. Die ist halt dann weiter weg schon wieder, andere Stelle, ist Ende vom Haus, muss er jetzt nicht alles sagen, aber egal, und, äh, ja, deswegen. Ich will es auch nicht, dass hier einer kommt, ey, kann es mal ein bisschen leiser machen, halt. So, und dann, ich weiß, dass meine Mutter, weil sie dann wieder in der Tonaufnahme drin ist, oh, ja, dann sollst du nicht schwätzen, das hatten wir glaube ich schon immer, oder? Also, es gab mal eine Stelle, da hat ein, also halt der Frau hat mal angerufen, ja, und da hat meine Mutter nämlich gesagt, ne, 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 ja, vielleicht hat den Namen jetzt nicht gehört, ein Glück, ansonsten, naja, ist ja entschuldigung, aber, ja, ist ja eh schon draußen. Ich wollte ja eigentlich schon sagen, das Video wird nicht hochgeladen, weil ich wollte eigentlich, dass mein Name nicht, äh, rauskommt. Und jetzt kommt der gleich runter, doch, ich hätte gedacht, da kommt wieder so ein Stachelding, was dann wieder, na, was uns treffen will, aber anscheinend nicht. Und ein paar Sternchen wieder, oh, sind doch 15. Ja, was soll ich sagen? Ja, und deswegen, aber ich hab dann gesagt, ey komm, was, was willst du, das ist, die ganze Welt ist eh so unsicher geworden. Was ist denn heutzutage noch sicher? Sag, was, sag, was. Ja, die kommen so schnell an, die Daten dran heutzutage, da kann man das auch sagen, weil, was ist in dem Video anders, habe ich, keine Ahnung. Da weiß es halt jeder toll, oh, so viel mit dem Namen kann man, man kann da viel rausfinden, gell, aber, was interessiert es uns. Sag doch mal, wie ich mit singe, das finde ich ganz toll, aber ich singe eh scheiße, und deswegen, haha. Das ist so, oder? Also, wie könntest du ja mal sagen? Also, ich finde, ich singe. Also, ich kann ja eh nicht singen, aber wenn ich so ein bisschen mit singe, dann klingt das scheiße. Sag doch mal, ganz ehrlich, scheiße. Ach, jetzt hab ich auch versungen, dass es so kann vorkommen, weil es genau dieselbe Welt ist. Oder? Ach, guck mal, da hat's wieder ein, äh, ich hab ja Dio-Show laufen, also im Hintergrund. Und, warum, weil, ja, ich, dann, ich hab ja eigentlich alle zwei Bildschirme auf, ähm, duplizieren eingestellt, also duplizieren, also doppelt halt, dass, weil ein Bildschirm selbe läuft, aber irgendwie macht er dann nicht mehr ZSNS auf. Also, der sagt dann auch, der war irgendwas fehler halt, geh auch, so, so. Erst wenn ich auf, ähm, Dings einstelle, ne, also erweitern, ist dann quasi der zweite Bildschirm, was anderes läuft. Also, ich spiele hier gerade auf dem PC-Bildschirm und im Grunde war, äh, der Fernsehbildschirm ist quasi jetzt im Hintergrund drin und das sieht man ja, dass er jetzt wechselt. Ich hab alle fünf Minuten Hintergrundwechsel eingestellt, deswegen bei der, ähm, na, OV-Sinus 8.1 euch mal so ein bisschen gezeigt, aber er ist nicht ausführlich, gell, äh, Entschuldigung, schon wieder so ein, wie so, wie sagt man, kleiner Röps, da kann man schon was sagen. Ja, also, oh man, ich hab eigentlich schon gar keine Lust mehr. Ich muss mal hier Fenster gleich öffnen, aber das ist, so eine Hitze hier drin, der Verstärker, der Denner VR 3.3.0, also der macht so eine Hitze. Ja, jetzt hab ich schon fünf Minuten. Achso, ich glaub, ich bin ein bisschen, ähm, warte, sicher getragen worden, oder, vom Beat, weil ich hatte immer so, ich hab die ersten Male, hab immer so richtig Angst, oder? Also, aufnehmen, hab ich mit mir so richtig leise geredet, ist mein Schwimmen, bisschen lauter und red mehr, oder? Könnt's ja auch mal hinschreiben. Ja, damit hier mal ein bisschen mehr auf Kanal ein bisschen mehr los ist, weil es ist ja schon arm, was hier los ist. Ja, nix. Was ist denn hier los auf dem Kanal? Hier nix. Ein paar Videos angeguckt, das war's schon. Ja, da müssen mal ein bisschen mehr hier los sein, ja? Ja, wir müssen, ach, müssen jetzt nicht da sein, dass das Video auf der Hauptseite von YouTube erscheint. Das will ich fast schon gar nicht, ja? Weil, äh, das wär natürlich auch nicht schlecht, ja? Aber dann sieht's halt jeder, wenn ich zum Beispiel auf mein Vater mal auf YouTube gucke, dann sieht er's halt, und das wär halt schlecht, aber, dass wir dieser Kanal 99,9%, sag ich extra, nicht erreichen. Wenn er's natürlich erreicht, dann ist er schön, deswegen sag ich auch kein 100, aber ich persönlich sage, er reicht's nicht. Ich find mal, er wird vielleicht sogar Lucas Blockfalt eher erreichen, oder, oder, keine Ahnung. Es gibt ja auch diesen, ähm, diesen, ähm, wie heißt der jetzt hier? Der da Minecraft Let's Base macht, so ganz viel. Wie hieß der jetzt wieder? Ne, net Chrome. Ich denke mal Google Chrome, deswegen heißt er aber, ähm, Alter, bin ich blöd? Der heißt doch, ähm, Wie heißt der jetzt wieder? Also der ja ganz viel Michael-Flatsplay hat, na, wie heißt der jetzt? Oh, ich komm' ja drauf. Das ist der, ähm, Herr Toodlesack. Ja, fällt mir jetzt einfach mal so ein. Das war er aber nicht, nein, das war er. Chrome, genau, Chrome. Den hab ich aber nicht abonniert, weil, Ich mag Michael nicht mehr so, deswegen. Schaff ich noch, schaff ich noch? Nein. Deswegen wird auch mehr, ich spiele auch Lucas mehr in Minecraft, weil, ja, ist jetzt nicht so ein Ding, wie er hier so alte, Sachen, deswegen. Ich hab' zwar Mario, wie könnt' ich noch spielen, aber, sowas mag ich schon nicht. Das ist kein Selbstsetzer, weil es geht nicht bei mir voran. Ich brauch' da alles lang, also das dauert, und deswegen. So, wir sind in der sechsten Welt schon. Wie lange nehmen wir denn? Auf. Ja, und deswegen, das, ähm, dauert mir so lang, und das 14 Minuten. Gut, beenden wir es jetzt wieder. Dann mach' ich jetzt noch irgendwas, und sag' schon mal, Ciao.